Moin moin tollo zu diesem neuen Video, in diesem kurz erklärt, wie man in Renden 2 den Ring, Würdenring des Mutigen bekommt. Los geht's nach dem Intro. Um an den Ring, Würdenring des Mutigen zu kommen, müsst ihr euch zur Station 13 begeben. Dort angekommen, geht es zu Cass, bei der ihr, sofern der Ring bei ihr verfügbar ist, ihn kaufen könnt. Solltet ihr kein Glück gehabt haben, dann versucht es zu einem späteren Zeitpunkt erneut bei ihr. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn dem so ist, dann lasst doch ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Bei Fragen stellt ihr sie gerne in den Kommentaren und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.